Wie immer, wie immer, wie immer. Musik Musik Unseren sensationellen Charlie Krüger hatte ich Ihnen ja schon vorgestellt. Bei uns an der Gitarre heute Matthias Gerhardt. Bei uns am Piano hatte ich ja auch schon, aber nichts hier und trotz Jürgen Recke. Bei uns am Altsaxophon Borte Kimbrough. Dann, wir sind ihm immer zu einem besonderen Dank verpflichtet. Er scheut den weiten Weg aus Kiel nicht, um uns mit seinen Klarinettenklängen zu verwöhnen. Bei uns an der Klarinette und Sopransaxophon Dr. Nils von Alver. Ja und überhaupt noch nicht vorgestellt wurde natürlich unser Bassist und launiger Ansager. Okay, Peter Umbaum. Und bei uns Trompete und Gesang Marcel Horst. Applaus Die Pianovers Einen